Y! Y, und damit starten wir die Aufnahme zum TTT! Halliholo! Mit einer Menge Hoppla! 3! Und die Zubereitung des Scrubble Burgers. Ja, da, 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 da... Da, 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 da... Ich sag Wendy, ich sag Wendy, ich sag... Bendy ist Traitor Bendy ist Traitor Bendy ist Traitor Ok, Bendy ist Traitor Bendy komm mal her, ich möchte dir in den Fuß schießen Alles klar Wichser Leute, das geht ab Der Kürbis ist es Ja, der Kürbis Der Kürbis Wer ist der Kürbis Ich werde angeschossen Dann kann ich auch gleich umbringen Ja, mach bitte Ok Alter, what the fuck Ich höre Huhn Alter Ich höre Huhn Geil, direkt eine Pop dann Alter Ja, wenn er will Ey, das ist ein Huhn Echt Das habe ich gerade angeschossen Na, Eisley Verliert Warum Nur weil ich Ok, dann hau ich halt wieder ab KFC KFC Hi Assi Hi Wo ist die Brautstation? Da Ok, ich würde sagen die Indos haben für heute gewonnen Warum? Ok, wir machen kurz Trouble in Kedotown Produktion Holy Credit Irgendjemand wurde gerade umgebracht Thanks to God Sorry Thanks to the Sky Island Creator for his tactics Ich hab gar nichts gemacht Don't remember the name Visit us at Das war aber Werbung Danke Leute, danke Wer lebt jetzt eigentlich noch? Also ich lebe Wendy ist bestimmt tot Wer lebt noch? Wusste Eisley Traitor Du bist Tracer? Nein Eisley war doch Traitor Ich hab Tako gesagt Er wird nur Eisley Traitor Weil sie so mit ihrer Fuckfant zu mir fahren Toll Rage, ich schätze Du bist der einzige Überlebende Kann das? Auf den Radar und such mich Aber fucker Hoppla Ich hoffe du erschreckst dich Unterwegs und der Pedo erwischt dich Danke, Ria Reisos Bitte Hattig hast du auch schon getwittet? Ja ok, das wäre auch nicht schwer Hoppla Das ist eigentlich voll unfair, was ich hier gerade machen will Yolo, sag ich mal Yolo Dann 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 Was für eine Woche hast du? Ok Echt, du hast ne Gut Hast du dir ein Radar gekauft? Ich weiß nicht, wenn man die Abhängel rauskommt Und ich hab Neck Mit Doppelsprung Heißt, äh, Steuerung und dann Spring Ja, ich hab grad Neck Wusstest du gar nicht, dass man die Adern bei den Küchen sieht? Kämpfen ist, by the way, nicht so cool Ja, ich weiß Aber ich will halt auch mal gewinnen Kann ich eigentlich irgendwo was gut machen? Ich höre ein Laserschwert Cool, ne? Alter, dieser Jet einfach Warte, man kann hier nichts machen Ich weiß nicht mal, wo du gerade bist Hast du kein Radar? Ja doch, aber ich weiß nicht, weil ich da hinkomme Ja, das ist böse Müsst nicht so cool Ja, das ist böse Das ist böse, ne? Ich hab keine Ahnung, wie du da reingekommen bist Das ist böse Warte, warte, ich muss den Leuten noch was zeigen Wo ist er denn? Boah, zieh dich wieder an Okay Das will keiner sehen Da! Nein Seht ihr ihn? Doch Oh ja, ich seh ihn Seh ihn nicht Kilo Bär Sorry Mach mal Taschenlampe an Ich hab jetzt die I Love Little Girls Musik erwartet Das ist doch nicht echt das My Little Pony Intro, wie geil ist das denn? Ja, gut, dass man das nur ziemlich leise hört Ich lege Rezo Töte ihn Töte ihn Töte ihn Töte ihn Echt, für die eine Runde ist so ewig zu Ich hab ein Leben Jetzt hast du kein Leben mehr Wieso hast du eins nicht wiederbelebt? Ja Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert Aber ich finde, kann es sein, damit man als Traitor weniger Points hat mittlerweile Nein, du hast zwei am Anfang und bekommst du jeden Kill, den du machst, eine Hm Ja, manchmal bekommt man gar keine Points Ja, ich hab keine Ahnung, ob du dich gekillt hast, ne? Last Kill zählt Also Last Hit Hoppla 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 Das ist die Hoppla Runde, die kriegt auf Youtube einfach nur den Titel Hoppla Oh ja Eicely's Traitor Eicely's Traitor Eicely's Traitor Eicely's Traitor Eicely's Traitor Eicely's Traitor Hoppla Ja, Eicely's Traitor, hundertprozentig Ja Okay, ich bin Eicely, Eicely's K.O.S. Und Rezo macht hier gerade Ich hab nur geguckt, weil hier ein Loch ist, Alter Ich hab gedacht, vielleicht kommt ich da wieder in so einen Raum Ja, ich schieße gerne Auf Kürbis, ey, du Idiot Eicely's K.O.S. Eicely's K.O.S. Eicely's K.O.S. Wird getan Och Eicely's K.O.S. Ach ich liebe diese Gänen Eicely gluli Eicely' D resolving Darf ich Euch einen Hedge рав geben? Nein Eicely's K.O.? Ja Ja, wo hast du gerade den Pädobär gesehen? Ähm, warte. Du bist unter das, wo alle immer draufstehen. Sehr langgeschossen, Beton. Und da ist irgendwo so ne Lüche. Stab, lass mich, weil ich krieg vielleicht noch keins. Cool. Macht ihr da? Alter, du hast mich grad angeschossen. Ich hab, das war grad eine Schreckreaktion. Ja, klar. Ja, echt? Ich will echt nicht. Danke, Mann. Ernsthaft? Oh nein, Eisley. Ich hasse das so, ne? Boah, wenn man kriegt, im Spiel wird man geschockt. Im echten Leben denkt man sich, wow. Wow. Wow, was geht ab? Wieso ist Daniel jetzt eigentlich tot hier? Na? Böse Eisley. Warum? Das macht Spaß. Alter! Eisley. Nicht cool. Hoppla! Hoppla! Da ist grad wieder jemand getötet worden. Ach, man geht da nicht rein. Stirbt man hier drin? Wendy, hilf mir raus. Ich bin gestorben. Hi. Riesel, helf mir mal. Was denn? Ich würde mir jetzt einen Grapplin-Hook kaufen, aber... Da haben wir ja noch gesteten. Warte, warte, vielleicht finde ich ja eine Angel. Hoppla! Warte, warte, ich hab eine Angel. Ich muss dich nur dranhängen. Ich bin im Loch. Kann mal jemand eine Schaufel craften? Häng dich an die Leiche, ich ziehe dich raus. Warte, warte, warte. Jetzt kriegen wir hin. Okay. Und... Oh, nein! Hoppla. Hängt sich Eisley, oder soll sich Eisley an mich dranhängen? Hättest du nicht eine andere Leiche nehmen können. Du warst gerade in der Nähe. Du bist die einzige Leiche. Fünf. Ich glaub Eisley ist nicht so viel. Ui! Ach, guck mal, jetzt hast du wenigstens Gesellschaft. Nein, sorry, ich kann echt nichts machen. Ich kann das suchen. Was ist das? Geh da nicht rein. Okay, da liegt eine Leiche. Geh da mal nicht rein. Hoppla! Hoppla! Warte, ich suche einen Block. Also, hier in dem... Oh, Eisley. Was, ich kann doch in meinem Loch nichts mehr machen, doch ich kann mit Daniel spielen. Hey! Also, bitte übertreib's nicht, ja. Okay, danke. Ich wäre sehr... Nein, Daniel! Komm wieder runter! Komm! Komm! Ja! Ist gut, Leute. Schieß da einfach auf den Daniel! Puh! Ypsilon! Hoppla! Hoppla! Jetzt anhört, ne? Hoppla! 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 Komm wieder ein Fallschaden! Ich darf andauern ein Fallschaden! Ich darf andauern ein Fallschaden! Und vor allem Eisley, da wo du drinnen bist, das kann man den Traitor-Raum aktivieren. Und in dem Loch... In dem Loch kann man den Traitor-Raum aktivieren, oder was? Hä? In dem Loch kann man den Traitor-Raum aktivieren. Nein! Das Loch, wo du gefangen warst, das kann man durch den Traitor-Raum aktivieren. Hier gibt's einen Traitor-Raum? Ja! Ja, hier! Direkt neben dem Loch! Okay! Nein, das... nein! An was bin ich gestorben da drin? Den hab ich gar nicht genutzt! Nein, das war was ganz anderes! Der Traitor-Raum ist hier noch versteckt! Aber ihr wisst das nicht. Ich glaub, das macht den See da unten in Lava, den da. Der geht dann Lava. Habe ich gerade mal so getestet, und ich hab, das ist nicht aufgefallen. Außer das Loch. Bei mir war da halt nur Wasser. Aber ich würd gerne wissen, ob man da jetzt noch innen... Moment, ich blemme stehen! ...dingens kommt. Kann mal ein Traitor komm, bitte? Nein, nee. Aaaahhhhhhhhhhh! Irgendjemand hat U-Jackson? Ja, Daniel. Halt die... Fresse! ich werde so gern so ein Headshot geben. Ja, musst du trade, ne? Nein, nicht doch nicht. Okay, komm mal her, komm mal bitte her, komm mal bitte her. Wenn du trade hast. Wenn ich trade habe, ich komme trotzdem her. Oh, das ist langweilig. Du bist wieder an Fallschaden, ich sehe es, komm. Hier, ist da eine Hand bei dir? Also, äh, 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 mach mal auf, äh. Zu eel. Nein, da ist keine Hand bei mir. Der Detective ist gerade neben mir gestorben. Geil, heils gern Smith da. Padi war's, ich habe ihn getötet. Tadadadadadadadada. Aber gut getan, oder? Mi-mi-mi. Haha, Wendy. Wendy, du bist doch bestimmt Traitor, oder? Nee. Äh, komm mal bitte. Wohin denn? Ähm, ja warte, du hast doch davor, woher. dann? Nein. Weil er ist es wirklich. Wo seid denn ihr? Da hinten rennt er. Hier hinten siehst du mich. Bitte nicht, noch nicht töten, okay? Kannst du gleich machen. Ich werde die Stimme eh vorher. Hier, kommst du hier hin? So, siehst du. Andy? Wo soll ich denn hin jetzt? Der rennt in den Wald rum. Ja, du musst auf die Bäume. Nein, du musst nicht mal auf die Bäume. Du musst hier hin. Hier, hier, hier. Warte, nicht töten. Drück mal da auf die Hand, bitte. Jetzt lass mich durch. Ich sterbe nicht mal! Kannst du mir mal den Teleport da oben aktivieren? Hier, warte doch mal, warte doch mal. Ich will nur was wissen. Drück mal da oben. Da irgendwo ist ne Hand. Und jetzt musst du dich da drauf stellen und die Hand drücken. Ah, okay. Aber warte, ich... Bist du jetzt tot, oder? Ich bin nicht tot, nein. Oh, ich sterbte in dem Netapotter. Ja. Upsala. Ah, okay. Okay, das wollte ich nur wissen. Wurde da reingesubbelt. Du hattest mir halt. Ich hab ne Traitor-Folle gefunden. Ja, und ich hab grade was sehr Gutes herausgefunden für mich. Müssen wir jetzt. Bist du immer noch da drun? Ich bin nicht tot. Hä, ich konnte die Teile nicht aktivieren? Okay. Kann man also als Inno nicht... Oh, in meinem Zimmer kommt grade so ein richtiger Mädchenduft. Ah, okay. Ich weiß, wie du bist. Was ist denn ein Mädchenduft? Ja, meine Schwester hat die Tür aufgemacht und die rief auch immer so nach... What the fuck? Ich halte mich von hoch. What the fuck? Hoppla. Wie geht's? Ja, ich bin scheiße in Shootern. Ja. Mein AIM gleicht einer schimmelten Kartoffel. Ja. Schon soweit? Weiß ich nicht. Ich frage. Wer an der Uhr gedreht, ist es glücklich und so schwierig. Stimmt es, stimmt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Halt dein Schnauze, du kannst mich singen. Ist mir scheißegal. Hoppla. 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 Ich hasse Doppelsprung. Kann man nicht machen, dass man einen Block immer hochlaufen kann. Hoppla. Hi, Padi. Hi, Baby. Hi, Baby. Hi, Baby. Das ist ja schuldig, Götz. Rrrr. Ja. Noch öfters hier. Ja, Baby. Ich wäre beinahe gestorben. Hä? Alter, ich wäre fast da reingefallen. Warum hast du Schaden genommen, Rajé? Ja, Padi hat sich mit dem Lichtschwert gehauen. Dann will ich aber auch mal draufhauen. Nee. Aus. Alter. Ich bin in einer Akimbo um. Wieso da? Tendi. Ja. Aus. Na. Ja, Mann, Sniper. In eine Küste. Wird getötet. Ich bring dich ja los. Ja, Wendy ist definitiv nicht aggressiv. Okay, Padi ist oben. Was? Nein. Hey, Padi. Hast du noch einen Apfel? Nee. Sicher? Ähm. Warte, warte. Es ist Lochens wieder da. Ich will euch mal kurz warnen. Es ist Lochens wieder da. Padi. Padi. Lass dein Haar herunter. Okay. WTF geht da um Arme? Ich hör Schüsse. Ich hör auch Schüsse. Da. Da, mein Haar. Das ist kein Haar. Nendi schießt grad auf Objekte. Doch, da war's. Hi. Sorry. Ah. Ach so. Okay. Rajeel. Ich bekomme was. Nicht. Hey Rajeel. Hey Rajeel. Hey Rajeel. Hey Rajeel. Hey Rajeel. Hey Rajeel. Ich bin ja für den Abschuss von Rajeel. Was? Nein. Warum? Ich bin für den Abschuss von Rajeel. Was hab ich euch gesagt? Nein. Du bist eine Kartoffel. Ich hab meine Kartoffel nur umweltbewusst an. Daniel. Hallo. Ich hab schon wieder Schaden bekommen. N. Hallo Loch. Ja. Wo ist Loch? Hallo Loch. Uh. Das war knapp. Wo ist das Loch? Hier nicht reinschieben. Danke. Hier hängen Waffen in der Luft. Wo? Jetzt mal hier. Rück bei den Waffen. Hier sind Waffen in der Luft. Also hier ist immer gut. Besonders noch mein Kopf. Das ist gut. Wenn du hier war. Ach so. Soll ich dir die Cordillaten... Wo ist ein Hühnchen? Bündchen tot. Aber ich hab Schaden bekommen. Ja ich hab's gesehen. Okay Daniel ist es nicht. What the fuck. Dabei hab ich diese Runde auf Daniel getippt. Gleiche. Wendy ist tot. Oh nein. Besser strong. Ich tipp auf Rajesh. 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 Kultrapalli war's. Rajesh. Wo ist denn der? Unten irgendwo. Ich hab ja unten niemanden gesehen. Hä? What the fuck. Ich hab niemanden gesehen. Okay erstens waren ganz viele Wolken und zweitens hab ich mich gerade ausgesprochen. Was ich war das nicht. Wer weiß es. Das war nur ein Trick weil ich ihn so gern hab. Ich hab ihn gefunden. Und hab ihn angeschossen. Da ist jemand. What the fuck. Weiß ich? Ja ich bin im Loch. Haha. Oh nein. Bin ich jetzt mit dem Traitor alleine? Hey. Hey. Wie krieg ich das immer hin damit ich so schnell sterbe? So. Kann man die Welt überprüfen. Hoppla. 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 So. Das war Nummer eins. Welch? Mein Melken? Wie nehm. Wie nehm. Erstmal. Einfach nur. Weiß ich nicht. Wie nehm enken. Wie nehm. Ich hab ja nicht Rezo geschrien oder so. Nein, nein. Ich hab ja nicht Rezo geschrien oder so. Nein, nein. Ja, jetzt, 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 jetzt muss ich leider tschüss sagen. Ja. Hoppla! Hoppla! Jetzt dürft ihr singen. Nein. Jetzt machen wir tschüss, bis zum nächsten Mal und schaltet ein bei Hoppla! Hoppla! Ypsilon! Ciao! Ypsilon! Tschüss! Passrunde! Aktiviert! Rücke!